Grüß euch, Matheka hier. Es ist wieder soweit. Der Seelentausch ist da, eins der gefragtesten Videos immer. Heute bin ich leider spät dran. Ich habe es im wahrsten Sinne des Wortes die Aufnahmezeit, die gern gemacht hat, verschlafen. Ja, ich glaube inzwischen ist es ja so, dass die Liste schon recht früh allgemein bekannt ist und es gibt schon einen Haufen Videos, die vorher darüber berichten. Wirklich vorher will ich es eigentlich nicht machen, weil es schon sein kann, dass einzelne Helden vielleicht nur austauscht werden. Und zusätzlich finde ich, dass es einfach besser ist darüber zu reden, wenn man da gleichzeitig den Helden aufmachen kann, anschauen kann. Und ich sage jetzt mal, so wichtig finde ich das Thema jetzt auch nicht, dass ich vielleicht so wie das manche machen, dass ich vorher über einzelne Helden daraus eigene Videos machen würde. Das wäre dann glaube ich ein bisschen zuviel des Guten. Also er ist da, alle drei Monate. Für 10, 15, 20 Eintausch Fünfer kriegt man einen Helden davon. Bevor ich damit loslege, möchte ich nochmal aufrufen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an mich, hauptsächlich über Spü zur Not, auch über mich persönlich oder irgendwas, stellst die Fragen. Ich werde dann wahrscheinlich mit Start des neuen Jahres anfangen, so oft halt notwendig, aber so oft halt Material da ist, Frage und Antwort Videos zu posten. Ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Format sein. So, jetzt geht's los. Ich sage wieder vorneweg Spieler, denen es schwer fällt, genügend Tauschhelden zu kriegen, also die nicht genug Geld ausgeben, wollte ich sagen, dass das halt möglich ist. Die sollten, glaube ich, trotzdem sammeln und halt nicht jedes Mal umtauschen. Es ist viel sinnvoller, man nimmt die wirklich guten Helden davon und vielleicht dann aber nur ein, zweimal im Jahr, als man nimmt jedes Mal einen Zehner, der dann vielleicht gar nicht so viel bringt. Und es waren immer wieder mal unter den Helden, die man für 10 eintauschen kann, ganz gute dabei. Ich will jetzt nicht sagen, dass die dieses Mal schlecht sind, aber ich glaube, dass kein einziger davon einen langfristig weiterbringen kann. Ich werde trotzdem ganz kurz zu jedem Helden was sagen, warum vielleicht teilweise, warum ich glaube, dass er es nicht weiterbringt. Als allererstes werde ich jetzt aber damit das Bild schöner ist. Ich hoffe, ich verdrucke mich dann nicht und nehme versehentlich an falschen Helden. Da wird hoffentlich irgendeine Warnung einbaut sein. Ich wähle jetzt einfach einmal jeden an, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt jeden eintauschen wird davon, nur damit alles sichtbar wird. Ich muss dann eben auch den ein oder anderen Helden tauschbar machen. So, das war doch eigentlich schon. Mal schauen, wo es heute noch ist. Wie gesagt, es geht jetzt nur darum, dass es ein schönes Bild ist. Aber ungefähr so wird es dann ausschauen, die Helden, die ich verfütter. So, da ist auch günstigste Stufe für 10. Und jetzt auch noch einmal, warum ich sage, dass man nur mehr kurz an Spaß hat. Wir wissen, wie schnell jetzt der Power Creep voranschreitet und vor allem Helden, bei denen es um Schaden geht oder die irgendeine absolute Anzahl an Lebenspunkten heilen oder wegnehmen, die werden einfach sehr schnell veraltet. Also irgendein älterer Held zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass ich sie ausschließe, sie ist schon immer eine gute Helden, aber bei gar nicht. Wenn man schaut, die erste Aufladung, 180 Leben, das ist, wenn die Helden immer mehr Lebenspunkte kriegen. Und heutzige Helden haben halt alle über 2000 Lebenspunkte, wenn man sie halt gemaxzt und emblemiert und zumindest einmal geprägt hat. Dann geht es zumindest Richtung 2000 und doppelt geprägt hat über 2000. Da ist 180 verschwindet. Ich komme dann eh nur zu ihr, also sie ist trotzdem noch eine gute Heldin, weil sie ein paar andere Dinge hat, die halt zeitlos sind, sage ich einmal. Aber ansonsten da vieles. Ein Beispiel dafür, Jabberwock, da war vor drei, vier Jahren, glaube ich einmal, war seine normale Version einmal, ungefähr vier Jahre vielleicht, war meiner Meinung nach der beste Lila Held für die Dev. Inzwischen ist selbst die Kostümversion, die klar besser ist, harmlos. Also ich habe das Kostüm ungefähr vor einem Jahr ungefähr Schätze gekriegt und habe es überlegt, habe mich kurz gefreut. Ein Landweld, Jabberwock ist immer so, es ist eine Figur, die ich gern habe, weil ich es irgendwie lustig finde. Das war damals schon vor ein Jahr, dass das zu wenig ist. Vor allem dieser Schaden ist, den kann man als Angreifer ja nicht steuern. Das heißt, wenn, dann ist er normalerweise nur dann gut, wenn Jabberwock in der Dev steht. Und für die Dev ist er verglichen mit den aktuellen Helden einfach nicht mehr stark. Also natürlich kleine Accounts, wie immer, da wäre vielleicht auch sehr Schaden, okay, sage ich einmal. Aber trotzdem glaube ich, dass es da immer besser ist, aufzusparen und irgendwann einmal an Helden zu nehmen, der halt wirklich ein großer Fortschritt ist. Gehen wir da rein nach Mika. Das war mein erster Ninja, den ich gekriegt habe. Da habe ich immer Pech gehabt in dem Portal. Habe ihn gemaxzt und dann bin ich draufgekommen, eigentlich die Artwehr funktioniert. Sie gefällt mir nicht, das passt mir nicht. Der Held macht irgendwie von allem ein bisschen, aber nichts so richtig. Also natürlich hilft er dann zu überleben, aber ohne Heilung. Das heißt, man müsste ihn dann kombinieren mit Heilung, dass er ein vollwertiger Schutz ist, sagen wir mal. Theoretisch ist vor allem, falls mehr solche Helden noch kommen, vielleicht auch in Gelb einer, ist Mika ein vielleicht sinnvoller Held, gemeinsam mit den Reisehelden zu spielen. Ihr wisst es jetzt mit Shabu Jing und wie heißt die Dame, jetzt fällt es mir nicht ein, aber nein, hätte es bist auf jeden Fall, Chang'e, so heißt es ja genau. Die kriegen ja jedes zweite Mal im Schnitt bei einem Boost 10% Mana und andere Helden kriegen auch, wenn sie Boosts kriegen, manche kriegen irgendeinen Vorteil. Und das ist bei Mika interessant, weil ja Mika drei verschiedene Boosts auf die Helden wirkt und damit wäre natürlich grundsätzlich mit solchen Helden kombinierbar. Ich glaube nur aktuell, also dass man dafür Gelb spielt, wenn man sowieso sonst, also wenn die Helden nicht in Gelb sind, was bisher so ist, die sind ja grün und blau bisher, die Besseren, also die, was gibt es einen anderen außer die drei? Ja, wüsste jetzt gar nicht, glaube ich nicht. Es ist einer nur im Beta-Test jetzt übrigens auftaucht, es wird noch ein sehr schnell da mit der Mana-Beschleunigung kommen, aber das sehen wir dann nicht, wie das ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie das nicht auszuhört, Mika dafür zu splashen in einer anderen Farbe, aber zumindest sollte man vielleicht sich erinnern, dass er drei Boosts hat, wenn man ihn hat, vielleicht kann man irgendwann dann wieder ausgraben, aber bitte tauscht es nicht ein. Auch wenn ihr gerne euren ersten Ninja hättet's. Na, ist nix. Jetzt gehen wir zu Ayora und Fluffy, auch bei ihr sieht man, dass das Spiel voranschreitet. Einfach von den Stats her, wenn wir schauen, selbst doppelt geprägt, kommt es nur auf 1045 Angriff und Ayora war ja, wie es rausgekommen ist, glaube ich, der Hitter, der am härtesten Zugschlagen hat, 600% Schaden auf ein Ziel. Gut, das maximale Leben ist nicht so spannend. Ich sage einmal, das ist trotzdem inzwischen, ist es nicht einmal so der allerhärteste Schlag, wenn man vergleicht, wenn ein neuer Held 1300 Angriff hat und das haben die meisten inzwischen. Und wenn der mit 1300 Angriff mit, ich weiß nicht, 450% Zuschlag schlägt, da genauso fest zu und das sind aber schnelle Helden, die das tun und die haben dann oft noch bessere Zusatzfeatures. Ich habe ein Ayora und Fluffy recht spät gekriegt, aber sehr wohlgemaxt für den blauen mythischen Titanen, der ist ja immun gegen Death Dance und da ist es dann, sind solche Helden, die viel Schaden mit dem Special machen, in dem Fall noch dazu passenderweise Barbar, ihr wisst ja, Barbaren sind für Titanen die besten Helden, der ist ja die beste Heldenklasse, ist es. Da habe ich sie dann gespielt, aber in Wahrheit habe ich sie gemaxt und wirklich nur bei diesem einen mythischen Titanen gespielt und für den nächsten Grünen glaube ich gar nicht mehr, dass sie, ja, dass sie noch in die Teams reinkommt. Ich glaube, da sind inzwischen so viele Goblins und so, die einfach besser sind, die mächtiger sind, dass ich nicht glaube, dass sie eine große Rolle mehr spielen wird. Also bitte nicht nehmen. Das nächste Noa, die habe ich eigentlich immer unterbewertet gesehen, also ich habe sie ganz früher gern gespielt. Da stehen wir da meiner Pust, ja, die Alpha-Bauers kennen natürlich teilweise von den alten Helden nicht, weil das ist auch unmöglich, dass man die kennt, wenn man nicht regelmäßig mit den Helden zu tun hat. Ist sicher so ein langsamen Helden von Vorteil, aber es ist insgesamt halt trotzdem zu wenig. Sie ist schon mal gepusht worden, gebufft worden, bei irgendeinem Update jetzt einmal das, was war glaube ich die Änderung, ich glaube die Heilung, es kann das sein, dass die dazukommen ist, ich glaube sie hat vorher nicht geheilt, aber es ist halt trotzdem für langsam, auch wenn der Mana bust, wie gesagt, das natürlich bringt der was und die kleine Menge Mana, sechs Züge, sechs, eine kleine Menge Mana sind 0,4 Steine, sprich 6 mal 0,4 werden 2,4 Steine, kriegt sie im Rahmen der ersten sechs Züge, also innerhalb der ersten sechs Züge, aber es ist jetzt, wie gesagt, ich habe sie in Rush, nämlich früher, wie so viele Minion Devs und so waren, wie Olinau, Krampus und Mutter Nord und weiß nicht, was waren damals die Gemeinen, naja gut, Herrin vom See, genau, wie die so gestanden sind, habe ich noch immer wieder, obwohl ich sie natürlich nicht mehr geprägt, also nicht mehr geprägt oder irgendwas habe, weil das ja ein Held von den Uhrzeiten, sage ich einmal, vom Spiel, zumindest gefühlt, 2020 wäre gar nicht so lange her, aber gefühlt ist es ja schon so alt, ich habe sie da noch öfters eingesetzt, aber inzwischen gibt es auch diese Minion Devs nicht mehr, egal ob jetzt bei Rush oder sonst wo, es ist einfach nicht mehr wert. Und zu Frost habe ich auch ein kleines persönliches Geschichtel zu erzählen, in der Zeit habe ich natürlich schon, also, wie immer natürlich, ihr kennst mich, habe ich schon mehr Geld ausgeben und habe eigentlich schon jeden Monat Zelten öfter gekriegt. Frost hat mir nicht besonders gefallen, die haben nicht gleich gemakst, also nicht gleich leveln wollen, habe aber wie immer von jedem Helden einen aufkommen. Dann sind im Winter die Pinguine rausgekommen und ich habe einen Benke gezogen, dann habe ich auch den Haar, der würde gut mit Frost harmonieren, zu der Zeit habe ich Materialien gehabt, jetzt will ich meinen Frost leveln und das war, dann habe ich tatsächlich diesen einen Frost irgendwann versehentlich verlevelt. Das ist das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass irgendeinen Helden, der man vielleicht einmal noch was gebracht hat, halt weggelevelt habe. Das hat mich in dem Moment geärgert, im Nachhinein hätte es mir wahrscheinlich kurzfristig ein bisschen einen Vorteil gebracht, aber inzwischen würde ich mit Frost nichts mehr anfangen können. Wie gesagt, wenn, dann geht es darum, dass man halt in schnell Minions produziert und wenn man halt andere Helden hat, die das irgendwie ausnutzen können, ja, ist natürlich ein Vorteil, aber rein für sich sind 13% Lebenspunkte einfach zu wenig Überheilung. Der zweite Teil, alle Lakaien von Verbündeten erhalten, plus 30% Lebenspunkte, plus 30% Angriff ist fast vernachlässigbar, sage ich einmal. Das macht sehr, sehr wenig. Da müsste eben schon sehr oft angewendet werden, dass es richtig in so einen hohen Bereich kommt, Richtung 200, dann wäre es natürlich mächtig, aber wenn man einen Helden in einen Angriff, ich weiß nicht, vier, fünfmal auslöst, ja bitte, eh klar, dass man gewinnt. Das ist jetzt nicht, da wird man mit jedem Helden gewinnen. Warum man natürlich nicht ganz schlecht ist, wie alle aus dem Zyklus damals, ist diese elementare Verbindung, also Eishelden kriegen dann vier Züge lang eine kleine Menge Mana, das sind wieder eben diese 0,4 Steine und das ermöglicht, dass man, wenn man Frost auslöst, eben schnell für sieben Steine normalerweise, dass man dann mittelschnelle Helden nur über dieses Passiv auslösen kann, wenn es halt einen entsprechenden Mana bußt. Sie müssen schon gescheit boostet sein, dass sie das ausgeht. Damals ist es noch oft so gewesen, dass die Leute nicht so gute Truppen gehabt haben, dass andere schnelle Helden dann dafür in ein, zwei Runden dann noch auslösen, ja, jetzt inzwischen, ich sage es ist trotzdem, also wenn jemand, das war damals noch so die Rede, war auch in den, nicht ganz so, sagen wir mal in den eher besseren Kreisen, war Arno Mono recht verbreitet und für Mono ist diese Special halt unten was Praktisches gewesen, also diese Verbindung, die elementare Verbindung, trotzdem, ich glaube, ich brauche jetzt nicht mal viel drüber sagen, eigentlich die 8 Minuten über den ersten Teil, wie gesagt, ist meiner Meinung nach verschwendet gewesen, weil, nehmt es bitte nicht. Wer gerade einmal, ich weiß nicht, wer 12, 13 Helden eintauschen kann, ja, investiert es vielleicht irgendwann einmal mühsamer arbeitete Juwelen in eine Inventarvergrößerung und hebt es länger, Sport ein bisschen länger auf Helden, es werden sicher irgendwann bei uns Heldentausch auch dann für 15, 20 wirklich gute Helden dabei sein, vielleicht einmal wieder für 10, aber aktuell finde ich es keiner, der an den, also längerfristig weiterbringt. Gehen wir jetzt in die Stufe 15 und eigentlich, ich sage einmal, so richtig schlecht ist davon keiner. Ich würde jetzt nicht sagen, also einige davon würde ich jetzt auf keinen Fall mehr nehmen, aber so richtig, also einer, den ihr auf jeden Fall nicht mehr nehmen würde eigentlich, ist Eloise zum Beispiel, obwohl ich gehört habe, dass einige auf Eloise Spitzen, es ist ein, ja, wie soll man sagen, falls irgendwann wieder Minion Devs kommen, also falls es wieder viele davon einmal gibt, oder wirklich Devs, die voll drauf aufgebaut sind, was ja im Moment nicht der Fall ist, weil es einfach zu viel so Antworten drauf gibt, falls das wieder einmal ist, ja, dann ist Eloise einer von mehreren Helden, der gut dagegen ist, aber es gibt halt einige andere, die besser sind, weil sie schneller sind, oder weil sie die Minions noch mehr bestrafen, haben, also zum Beispiel Ogema, ja, ist ein Totalschaden, sage ich einmal, für die Devs, wenn Ogema auslöst, oder auch die verschiedenen, es gibt jetzt in Lila den Grimble und jetzt einen neuen Helden, eine, ich glaube von der OELE ist jetzt dazugekommen, die die Minions wegnehmen und dann den eigenen Helden Mana geben, das ist einfach mächtiger als ein schon ganz ordentlicher Schaden und ja, okay, sie können keine Helden mehr kriegen, ja, ist ab, will jetzt nichts dagegen sagen, wenn man gegen Minions kämpft, ist das natürlich stark, aber es gibt im Moment einfach nicht viele Minions und deswegen, bis es wieder Minions gibt, gehe ich davon aus, dass es schon wieder andere Antworten drauf geben wird oder einfach der Powergrip soweit fortgeschritten ist, dass halt die restlichen Werte da nicht so besonders sind. Dann muss ich immer denken, gerade die Spieler, die so gerade halt irgendwann Helden eintauschen können, werden ihn ja nicht Alpha Breaken kennen, wenn wir da wegnehmen, ja, ich meine eh, da gibt es andere, wo man mehr drüber schimpfen kann, gebe ich zu, aber nochmal, also ich habe sie nie gehabt und sie ist mir nie abgegangen, selbst wie sie ganz neu war, habe ich mir doch, ja gut, wäre ganz nett gewesen, aber nicht notwendig. Dann schauen wir uns jetzt Kemenian, fällt mir das erste Mal auf, dass das so ein, einen, wie heißt das nochmal, Axon Graf, ich glaube Axon Graf, bin ich mir nicht mehr sicher, also mittelschnell verursacht 330% Schaden bei allen Gegnern und pro Statusänderung des Wirkers gibt es 65 zusätzlichen Schaden und insgesamt bis zu 655. Ja, er kann sehr viel Schaden machen, aber es ist halt wirklich nur Schaden, also nur unter Anführungszeichen. Allein wird Kemenian jetzt nicht reichen, um so richtig irgendwo durchzukommen. Ich habe ihn damals schon, wie er neu war und ihn vorgestellt habe und viele ganz begeistert waren, wie viel Schaden der nicht macht und wie toll das ist und die Stein hat dann oben drauf, habe ich eigentlich schon eher gesagt, für mich ist der Held nichts. Logischerweise hat sie jetzt auch mit immer stärkeren neuen Helden, gerade in mittelschnell werden ja alle Helden in letzter Zeit immer noch stärker. Das hat es natürlich für mich nicht geändert, die Ansicht, aber ja, der Schaden kann hoch sein, wenn man ein Team drauf auslegt, dass man ein paar schnelle Statusveränderungen auf ihm drauf hat, dann haut er natürlich ganz grob zu. Es ist halt unter Anführungszeichen nur Schaden, okay, die Immunität käme. Ja, so jetzt in neue doppelt geprägt mit Angriffsverstärkung drin und so wirkt da jetzt eh aufs Erste wieder bedrohtlich, aber wie gesagt, für mich ist es irgendwie verglichen mit den anderen mittelschnellen Helden, die jetzt wirklich neue sind, ist halt einfach kein mehr, weil es ist Schaden, ja, ein bisschen mehr Schaden als die meisten, aber es ist ja dann nichts, was sagen wir obendrauf und da gibt es ja manche jetzt, die nicht so viel weniger Schaden machen und ansonsten auch fast einen Totalschaden bei den Gegnern verursachen können. So, also meiner Meinung nach sollten wir ihn nicht nehmen. Jetzt geht es weiter mit Winifred. Das war meine erste Baden, die ich gekriegt habe. Das war gut und schlecht. Auf der einen Seite ist Winifred schon in manchen Spezialsituationen richtig gut. Und damit meine ich zum Beispiel natürlich Rush-Angriff, aber selbst Rush-Verteidigung habe ich so öfter drinnen stehen gehabt. Das Gesamtpaket ist schon fein, also 550% Schaden auf einen. Das chained dann durch, durch die anderen Gegner, die halt angrenzen, machen halben Schaden, ich weiß nicht, wie steht es da formuliert, machen geringen Schaden, aber ihr wisst, es ist immer die Hälfte von den 550% in dem Fall, also 275%. Und dann aber die Ziele haben minus 54% Angriffsreduktion. Das bringt einen im Rush, wenn das in der Dev steht und das passiert dem Angreifer, das bringt den Stack gescheit durcheinander. Also da passiert nicht viel dann, wenn die Schadenhelden auslösen. Alle getroffenen Ziele sind für fünf Runden im Mund gegen neue Status-Effekt-Bony. Also Ludwig, was auch immer sonst, wird nichts machen nach dem Winifred ausgelöst hat. Und was dann noch zusätzlich natürlich die Baden, der Baden-Familien-Bonus 5% Mana und die Dev-Downs wirken nur zur Hälfte. Es ist schon wirklich so, dass wenn sie auslöst, dass es, ja, ich finde ein größerer Schaden ist es bei manchen anderen Helden. Also ich glaube, dass ich teilweise vielleicht zu Recht sie über Kufo aufgestellt habe in den Devs, weil sie, also wenn, ihr wisst schon, für manche Turniere, wo das und das gesperrt ist, wo man halt ein bisschen variieren muss, in die Kriegs-Dev hat sie es ganz selten geschafft. Aber jetzt unabhängig jetzt von der Dev, weil da werden inzwischen wahrscheinlich viele schon viele Möglichkeiten haben, sie ist dann nur eine von vielen guten Möglichkeiten für hohe Turm-Levels, macht eben schönen Schaden auf alle und zusätzlich, der Rest da ist ja egal, aber der Familien-Bonus bringt halt dann auch noch mehr, wenn sowieso schon ein hoher Mana-Bonus da ist in den Turm-Levels und ist dann alles nur ein bisschen schneller geht. Also ich empfinde sie als gute Heldin, aber halt natürlich, weil sie langsam ist, nur für Bereiche, wo das egal ist, dass sie langsam ist und deswegen verglichen mit anderen, die da dabei sind, glaube ich, sollte nur, sollte fast keiner sie nehmen. Die Einzigen, die sie vielleicht nehmen könnten, wären Spieler, die halt zufällig, die einen großen Account haben, zufällig die anderen Helden da schon haben und die die Bereiche, die ich jetzt erwähnt habe, mit ihr abdecken wollen. Also ihr weiter in Rush ein Angriffsteam, einen grünen Stack mit Chamäleon, nein, nicht Hämmerdask, sondern mit Ferus und Winifred, wobei Hämmerdask und Ferus austauschbar sozusagen sind. Das hat einen Vorteil, man kriegt normalerweise da meistens eine Seite weg und die andere Seite ist immun gegenüber Statusveränderungen und dann kann man halt die Seite ohne Ludwig meistens wegschießen und Ludwig ist harmlos und selbst wenn daneben Kalö steht und auslöst, ist meistens nicht so schlimm, weil Kalö auch kein Steinhardt draufkriegt und dann überlebt man das meistens, dass Kalö auch einmal auslöst. Wander, natürlich vom Schaden her und so ganz veraltet, 115 Prozent mit Kostüm natürlich, also ich kann jetzt keinen vergleichen, da kenne ich sie zu wenig, was jetzt genau den Unterschied macht, das Kostüm hat schon früher teilweise im Krieg, war sie manchmal in Devs zu finden und das war schon störend, wenn sie drei Züge lang immun gegenüber Statusveränderungen war, also das gesamte Team dann halt nachdem sie auslöst. In dem, in manchen Spezialsituationen ist das vielleicht noch praktisch, warum ich sie vielleicht, naja, wobei ich weiß nicht, ob 125 Schaden genug wären, was ich eine kleine Nischennutzung für sie hätte, ich im Outdoorfarmen von den niedrigsten Levels von 7,4 oder 8,7, was ihr und die meisten sonst auch sehr oft machen, also was ist ja auf Tour und da ist ja der Held, der für sechs Steine geladen ist, für zwei Dreierkombis und dann eine Welle wegräumt, der gewinnt jedes Mal ein paar Sekunden Zeit. In Summe wäre das bei mir wahrscheinlich, wären das etliche Minuten Lebenszeit oder Zeit, die das Handy anders autofarmen kann, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob 125 Prozent Schaden immer reichen, also für diese Mobs. Ich weiß, die 170 oder was so sind ungefähr von Kartilen sind gar kein Problem, das reicht locker. Gut, aber keine Frage, deshalb sollten wir wandern nicht extra nehmen und für die meisten Einsätze, sonst ist sie jetzt einfach zu harmlos. Da bleibt nur diese Utility übrig mit Immunität gegenüber Statusveränderungen, das macht dann aber unten gar nicht in einem besseren Paket. So, und jetzt Athena, die ist vor allem jetzt im Kostüm empfinde ich sie als ein bisschen zeitlos. Ich sage ja immer, zu Zeiten von Powergrip, jetzt rede ich immer von Zeit, 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 ist die Zeitlosigkeit eine wichtige Fähigkeit, dass ein Held halt einfach nicht nur über, also dass er nicht schnell ersetzt wird und ich glaube, dass diese Art Fähigkeit, die das Kostüm hat, nicht so schnell der andere Held kriegen wird. Also an enorm hohen Dev dann auf 3, 41 Prozent zu Beginn und mit jedem Zusatz-Hit steigt es um 4 Prozent bis auf 65, also 6 Hits reichen dann das Maximum davon und zusätzlich 34 Prozent Verteidigung gegenüber Eis, also Herabsetzung der Verteidigung gegenüber Eis bei den Feuergegnern. Ja, also zumindest, wenn man gegen den Feuer Titanen zum Beispiel spielt, wird es dann schwer, also gibt es keinen so hohen Boost, sonst ist es hohen Dev dann in Kombination mit Farb-Dev dann. Bisher, früher hat man bei den mythischen Titanen ja meistens dann trotzdem lieber eine, also andererseits Athena, aber zusätzlich irgendein Farb-Dev dann gespielt. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr modern oder wird nicht mehr so sein in Zukunft, weil einfach die verschiedenen Goblin-Fähigkeiten, also das Wachstum, als auch das Herabsetzen der Dev von den Gegnern über die Goblin-Fähigkeit, über das Verwelken, so, mächtiger Normeshan als die traditionellen Verzauberungen, die es so gibt und deswegen wird es vielleicht nicht immer Platz geben für zwei Helden und da ist dann Athena auf jeden Fall der Fortschritt. Grundsätzlich natürlich für alles, also für Events, für schwere Weltlevels, immer wenn ein hoher Dev dann praktisch ist und man halt in einem Team spielt, wo dann dahinter was nachkommt, das jetzt dann eigentlich was macht. Was interessant ist, neu dazu und damit natürlich schon nochmal stärker, ist diese Spezialfähigkeit. Wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit wirkt, entfernt er den neuesten Status-Effekt-Bonus von allen Gegnern. Ist vor allem natürlich eine Aufwertung bei Rush. Ein bisschen problematisch natürlich, es wird erst dann entfernt, nachdem sie ein Spezial eingesetzt hat. Das heißt, das Übliche, der Don't bleibt halt drauf, dass ihr Hit trifft nur den Don't, erst dann wieder entfernt und das ist dann halt nicht ganz so stark wie anders. Aber umgekehrt, bisher habe ich, und nicht nur ich, sondern haben viele dafür Frieda gespielt. Ja, ich meine, ein bisschen an Blödsinn habe ich jetzt gesagt, weil es wird ja nur die neueste Status-Effekt, also der neueste Status-Effekt-Bonus entfernt und ich glaube, bei den meisten Don't dann ist der neueste jeweils einer, der nicht der Don't ist. Also es ist dann in Wahrheit dagegen gar nicht so stark, aber keine Frage, es ist natürlich ein Plus verglichen mit, was vorher sonst so war. Aber ja, Familienbonus ist auch fein mit der Manner-Regeneration. Genau, und auf das wieder vergessen, ein Grund, warum sie bei Titanen eben so stark ist. Einerseits natürlich, also ist ein Barbarin, andererseits plus 15% Angriff als elementare Verbindung und wenn man den Titan angreift, dann betrifft das schon im Normalfall so ziemlich alle Helden, außer vielleicht an Franz oder an Dunkelfeder. Ja, also ihr merkt, ich bin, also ich lobe sie sehr, sie hat einige sehr gute, sehr starke Bereiche für Krieg, natürlich kann man sie da auch spielen, wenn man sowieso mittelschnelle Helden spielt, dann ist natürlich sie auch ein guter Opener für so einen 3-Stack, also sie fängt an und dann kommen halt irgendwelche anderen hinterher. Natürlich ist das ein guter Ausgang und es werden, es wird im Normalfall dann die Seite kaputt sein von den Gegnern. Es ist halt eben das mittelschnelle, ob man gerade sie da braucht, die Werte sind inzwischen schon, na gut, mit dem Kostümbonus so schlecht sind sie gar nicht. Also eigentlich, ja, ich habe, ihr merkt, sie redet viel über sie, ich habe sie gleich beim ersten Mal, wie sie rausgekommen und ist das Kostüm gekriegt und habe auch schon davor, schon lange die normale Version gehabt, habe sie dann später noch ein, zweimal gezogen, habe aber nur die erste gemaxt, habe man dann später doch, ja gut, so ein großer Mehrwert gegenüber einem Bobo beim Titanen ist es vielleicht auch wieder nicht, oder einem eben einer Frieda, je nachdem welche Funktion, also eher Bobo. Und die benutze ich halt sonst fast nirgends mehr, aber auch deshalb, weil ich halt einfach da mehrere gute Helden habe, weil ich halt für Titanen oft beschwöre. Meiner Meinung nach aber von diesen 15er Helden wird sie für viele die beste Option sein. Also irgendwie, ja wie schon gesagt, zeitlos, ich erwähne es wieder, so einen hohen Deathdown wird man nicht so schnell wieder bekommen. Könnte natürlich sein, aber zumindest hat man da nicht schon mal und braucht nicht einen neuen Siebesorgen. Gut, dann schauen wir weiter auf die Stufe für 20 Helden. Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt nochmal so 10, 15, 20 Helden, ein großer Account oder jemand, der halt Geld ausgibt oder sie extra darauf vorbereitet und vielleicht die Ausbildungslager häufig auf der höchsten Stufe laufen lässt, der kriegt normalerweise die Helden zusammen und da ist es dann von der Wertigkeit wurscht. Also das, wenn man sagt, ja ist der Held jetzt wirklich 20 wert, das ist halt immer nur für die relevant, für die Spieler, die halt knapp drauf hinkommen, also die halt zusammensparen müssen und hoffen müssen, dass sie genug ist, dass es über jeden Fünfer, auch wenn es der 14. der, ich weiß nicht, Horgal ist, sie noch immer freuen, deshalb, für die ist das vielleicht von Bedeutung, aber nochmal, bitte nehmt es nicht aus, nur weil, aus, ich weiß nicht, aus Ungeduld sage ich einmal, einen da von den Zehnern, dann habt ihr halt dabei keinen, nur, keinen, ich weiß nicht, keinen Schäberwock oder auch keinen Frost Sport zusammen. Und da jetzt bei diesen 20ern finde ich, dass jeder einzelne davon für viele Situationen ein guter Held ist. Also ich finde die Auswahl eigentlich überraschend gut, auch wenn natürlich viele, gerade von den Großen, ich kann zum Vater-Seelentausch, ich kann nichts brauchen. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel auch so, ich habe einige von den Helden habe ich schon, einen zweiten oder so brauche ich eigentlich von keinem, aber ja, einige noch nicht oder ein paar noch nicht und die sind gerade an der Grenze, dass ich sage, eigentlich hätte ich schon ganz gern, aber umgekehrt alle Materialien reinstecken, ob es mir das wert ist, mir jetzt noch in meiner Situation mit dem großen Account, aber ich glaube, für einen kleineren Account ist jeder einzelne von der 20er Stufe gut. Fangen wir an mit Diao Can. Eine ordentliche Heilung, 35% und schnell, mehr braucht man nicht wissen und schon ist der Held ein solider Held. Also, dass dann noch mehr kommt, ist natürlich fein, aber wenn einfach nur eine schnelle Heilung auf einem Body, der groß genug ist, dass sie ein bisschen was überlebt, ja, das reicht, dass der Held spielbar ist, sage ich jetzt einmal. Der Mehrwert dann okay, es werden sie selbst und die beiden Nachbarn kriegen einen Lakaien mit 16% Lebenspunkten, Angriff völlig vernachlässigbar und dann, wenn der Diener Lakaien einen Feind trifft, stiehlt er einen zufälligen Bannbahnbonus und gibt ihn seinem Besitzer. Klingt sehr stark und natürlich kann es auch sehr stark sein. Ich habe Diao Can relativ viel benutzt und sage, in der Praxis war das jetzt nicht so oft so gut, weil es muss halt einmal der Lakaien erst einmal den richtigen Helden treffen. Dann muss der Held, oft sind mehrere Verzauberungen drauf, gerade bei den Tontern, wo sie oft ein Problem darstellen, sind dann unter Umständen drei Boni drauf oder so irgendwie oder zwei sind es zumindest fast immer. Und man braucht einfach schon ein gewisses Glück, dass es wirklich schnell was passiert. Und sobald dann aber bei den Gegnern irgendein Special auslöst, sind eh meistens die Lakaien wieder weg. Das heißt, dass die Situation, dass jetzt Diao Can mit drei Lakaien dasteht und die halt Runde für Runde immer wieder den Gegnern irgendwas stehlen oder zumindest stehlen können, die ist nicht so häufig. Beziehungsweise wenn das so ist, dass die Helden auf so viel Leben mit Überheilung dastehen, dann ist auch das Stehlen wahrscheinlich oft nicht mehr so das Wichtigste. Trotzdem natürlich prinzipiell ist es natürlich ein Bonus. Für mich ist sie aber allgemein einfach schon eine gute Heldin, einfach weil sie schnell heilt. Und ja, das ist immer ein Bonus. Ich selbst setze sie nun nicht mehr ganz regelmäßig ein, aber nicht weil ich jetzt finde, dass sie schlecht geworden wäre oder so, sondern einfach, dass bei mir Lila sie nie so durchgesetzt hat als Kontrollfarbe. Ich habe da keinen zweiten schnellen Helden in Lila, der irgendwie gut kontrollig ist. Also ich habe sie, wenn, dann irgendwie kombiniert zum Beispiel mit Gordus oder so. Aber das ist von der Mana-Generierung her ein bisschen unpraktisch an Sechsteine und an Siebensteine zusammen spielen, weil eigentlich will man einen Siebensteine-Helden laden und schaut eher Richtung Drachenbombe. Kann sein, dass man dann wieder das Laden vom sehr schnellen Helden verzögert. Jedenfalls hat es sich bei mir deshalb nicht ergeben, dass ich sie, oder ich spiele sie halt jetzt nicht mehr deshalb, weil ich einfach andere Optionen habe, andere schnelle Heiler, die da vielleicht noch besser sind. Aber, und deswegen habe ich sie ja nie geprägt und dadurch hat es ja auch ein bisschen ein Nachteil heutzutage. Aber ich glaube, dass die meisten Accounts auf jeden Fall von ihr profitieren würden. Und wer da ein bisschen eine Lücke hat, der vielleicht wenig schnelle Heiler hat, oder auch halt vielleicht in Lila kann heiler, der, ja, ich meine, da muss ich wirklich drum handeln um einen schnellen Heiler, weil in Mittelschnell gibt es ja jede Menge gute Heiler im Viersternbereich in Lila. Ja, aber auf jeden Fall ein vernünftiger Pick für diejenigen, die halt da noch was auszufüllen haben. So, jetzt der weiße Hase, auch er im Kostüm. Ich sage auch, wer war noch im Kostüm? Die beiden vorigen, also Athena und Wanda, aber um es gleich vorwegzunehmen, ein bisschen störend oder enttäuschend ist, dass Phileas Fogg nämlich nicht im Kostüm da ist. Aber gut, reden wir über das dann später. Der weiße Hase im Kostüm, der hat ja enorm profitiert vom Kostüm, weil ja die normale Version nur dem Ziel 34% Deftern gegeben hat. Und erst das Kostüm gibt dann dem Ziel und den nahen Feinden 34% Deftern defektere zurückgesetzt, wenn das Ziel geheilt wird. Und das hätte ich mich nicht einmal mehr erinnert, also ich selbst habe den weißen Hasen eben nicht. Und er ist mir lange schon wirklich abgegangen. Also einfach, weil in Gelb gibt es etliche schnelle Hitter, hat es schon lange Zeit gegeben. Ich habe natürlich auch einige davon, also so, sagen wir mal Verline, Punkt, gibt natürlich viel mehr. Und es war bei weißer Hase der einzige Deftern, den es gegeben hat, in schnell auf drei in Gelb. Es gibt, also auch Farbdeftern gibt es da keinen, der, es gab halt, weiß nicht, es gibt einen Dächter Schakal, der hat halt nur ein Ziel. Und ansonsten, in mittelschnell gibt es dann Leonidas, ja, oder gibt es auch ein paar andere, gibt es den, wie nennt er sie, Rock im Kostüm, glaube ich, ja. Aber man will halt, wenn es so viele gute schnelle Helden in Gelb gibt, dann will man halt auch ein Deftern dazu haben in schnell. Und deswegen ist weißer Hase da ein Pflichtbestandteil gewesen von sehr vielen Kriegsteams bei uns, und ich habe das nie machen können. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist es das für mich noch wert, weil halt die Stats schon, ja, eigentlich ein Blödsinn mit dem Kostüm, sind sie jetzt eh okay mit dem. Ist ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen in der Vergangenheit, was die Stats betrifft, weil ja die Stats bei den, irgendwann jetzt bei einem Update ja steuerlich erhöht worden sind von den Kostümern. Also der Kostümbonus ist erhöht worden. Also die Stats sind nicht das Problem. Was ein Problem ist, ist, dass 34% Deftern halt verglichen mit anderen nicht der höchste ist. Und als weiteres Problem sehe ich, dass es immer mehr Helden in den Devs gibt, die immun gegenüber Statusveränderungen sind, als Alpha-Kraft oder als irgendwie sonst, als Familienfähigkeit, sonst irgendwas. Und dadurch wird es auch mit dem weißen Hasen nicht so leicht, dass man eine Seite abräumt. Gerade jetzt im Hinblick auf die 5-Sterne-Truppen, die rauskommen, und ziemlich sicher die Lebenspunkte der Helden stark erhöhen. Ich glaube eher nicht, dass es da leicht ist, ein Stack zu bauen mit minus 34% Deftern und dass drei schnelle Helden da eine ganze Seite umbringen können. Also ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, ich habe ihn sehr lange haben wollen. Und wir jetzt im mittleren Bereich, wo jetzt nicht alle Devs mit den neuesten doppelt geprojekten Helden aus denen bestehen und wo in den Angriffs-Teams sonst vielleicht noch deutlich ältere Helden unterwegs sind, ist weißer Hase auf jeden Fall ein cooler Held. Also ja, ich glaube schon, dass einige ihn nehmen. Bei mir ist er auch in der Wahl. Aber eben, ich glaube, wenn ich, ja, in meiner Umkehrt habe ich ihn Geldmaterialien. Also ihr merkt, ich habe ihn noch nicht endgültig entschieden. Ich werde euch da ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Könnt ihr ein bisschen kommentieren, die Besitzer, die ihn noch, also den haben und ihn jetzt noch spielen mit aktuellen Helden, ob der Dev dann ausreicht, also ob das nur knapp ausreicht oder ob das klar ausreicht, um aktuelle Helden umzubringen. Weil wenn es nur knapp ausreicht, dann wird es nach den 5-Stern-Truppen gar nicht mehr reichen. So, jetzt gehen wir zu Fock. Er wäre, Entschuldigung, im Kostüm wäre er der aktuell beste Farb-Dev dann für Titanen in Grün. Ohne Kostüm, so wie er dasteht, ist er noch immer ein guter Dev dann, aber halt nicht, ja, nicht so viel stärker als jetzt andere Optionen. Also in dem Fall wäre dann Ferus, nehme ich an, sogar stärker. Also Ferus hat, glaube ich, auch 60%. Er hat im Kostüm nämlich 60%. Da jetzt hat er 58% Dev dann gegenüber Grün. Ja, genau, gegenüber Grün. Das Kostüm ist ein Papa, ist ein großer Mehrwert für den Titanen. Jetzt keine Frage, für Leute, die ihn besitzen, wird er weiterhin für den mythischen Titanen, und dafür normale Titanen und auch für einige andere Bereiche sehr guter Held sein. Aber ohne den Kostüm-Bonus, ja, ist er halt nicht so extrem, sage ich einmal. Und bitte lasst euch nicht täuschen, diese ganzen Werte, die er da erzählt, und da das eingeblendete Kostüm, das bezieht sich auf ihn, wenn er das Kostüm hat. Aber es gibt ihn da ohne Kostüm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, oder ob die das so wollen, dass das so angezeigt wird. Das ist natürlich irreführend, weil er hat nicht annähernd dieses Tats, wenn er nicht den Familienbonus hat. Weil, kann man sich ausrechnen, 13% jeweils weniger, oder, ja, ein bisschen weniger, wie wisst du, wie man es rechnet. Wer meine früheren Kriegs- und Videos und Turnier und so weiter Videos regelmäßig gesehen hat, weiß, dass ich Fock-Seite sind, gibt es sehr gerne einsetzt. Und zwar als in Kombination normal immer mit, Wie heißt die Heilerin? Es sind einfach schon 950 Helden oder was heraußen, und wir fallen mit Toxikantra, obwohl ich sie doppelt habe und immer einsetzt, da fallen mir dann einzelne Namen nicht ein. Also, ah, Farbe weg. Also, in so einer Kombination empfinde ich einfach sehr gut, weil er immer die mögliche, also die Begründung, warum ich sowas immer gespielt habe, war, auf anderen Seiten, die Heilung reicht aus, um eine gewisse Zeit zu überleben, und ich habe lieber dann oft einen schnellen Shooter dazu gespielt, der vielleicht den Tank ausschalten kann, bevor er zündet, oder irgendeine böse Flanke ausschaltet, bevor sie zündet, und ich habe das immer als, ja, eigentlich wie eine Heilung betrachtet, um die ärgsten Probleme loszuwerden, bevor sie auslösen. Ein bisschen ein Problem macht jetzt, dass halt die Helden immer größer, stärker werden, mehr aushalten, und halt, wie erwähnt, mit den 5-Sterne-Truppen wird das noch schlimmer sein. Und dadurch ist es immer seltener möglich, dass man jetzt mit Fog wirklich den Helden ausschaltet, ganz mit dem Special. Was aber schon ist, ist, dass diese Entfernung von Boni vor dem Schaden, was ganz Feines ist, um halt gezielt jetzt zur Zeit oft Forzis auszuschalten, zum Beispiel so um den Alpha-Tont, oder halt da dann, wenn er halt gezündet hat, um den Tont einfach wegzukriegen. Ja, ich sage jetzt aber, ohne Kostüm-Bonus ist er für einen Krieg inzwischen ein bisschen von den Werten her mitkriegt. Er macht dann auch nicht mehr so viel Schaden. Mit Kostüm, so wie er in Deutsch sieht's, egal ob dann gespielt, mit oder ohne Kostüm, aber rein mit dem Bonus, ist er auf jeden Fall noch ein solider Held, hat eine Funktion, eine Fähigkeit, die, glaube ich, schon ein bisschen ein Teil des Entfernen vor dem Schaden ist ein bisschen zeitlos. Auch wenn der Schaden natürlich mit der Zeit schwächer wird im Verhältnis. Aber ich noch einmal empfinden als guten Helden, aber ich finde, ohne Kostüm-Bonus ist es nicht gut genug. Und wenn jetzt nicht ein, unbedingt, sagen wir, beim grünen, also beim blauen, die da einen deutlich stärker werden wollte, also wenn das so wäre, bei dem sehe ich ein, dass der könnte oder sollte vielleicht sogar Fock nehmen. Ansonsten, glaube ich, sind die anderen Optionen besser. So, jetzt gar nicht. Ich habe sie vorher schon erwähnt. Einfach, weil ihr Special leider auch stark dem Power Grip unterliegt, so wie jede absolute Zahl. Wenn da standen, wer damals, wie sie rausgekommen ist, waren die 180 verstärktes Leben, waren vielleicht, was waren das? 20%? Das ist ja blöd, 20% wäre zu viel. Entschuldigung, das wären, sagen wir, 15%. Und 15% Heilung jetzt wäre, auch wenn das noch wenig klingt, aber das wäre im Verhältnis, das wäre halt viel mehr, obwohl 15% noch nichts klingt. Wenn der Helder 2.000 Lebenspunkte hat, 15% wären 300 Leben. Das bleibt leider so, und wenn jetzt eben dieser Truppenbonus dazukommt, dann ist es natürlich immer noch verschwindet. Der 180 ist dann immer noch weniger. Sprich, Heilung ist immer dann zeitloser, wenn sie in Prozent angeben ist. Natürlich mit 2. oder 3. Aufladung ist es dann mehr, aber auch nicht so viel. Wenn man denkt, 2. Aufladung, das ist im Normalfall mit 9 Steinen so, 400 verstärktes Leben, ja, ich meine, das ist weniger, als die aktuellen schnellen Heiler haben, als Überheilung. Die haben, ich weiß nicht, Hathor 480, ja, in dem Bereich spielt sie das ab. Warum jetzt aber gar nicht trotzdem wertvoll ist, ist die zweite Fähigkeit. Alle Helden sind für 2 Züge immun gegen negative Statusveränderungen. Das steigt dann auch an, auf 3, 4 Züge. Und gegen bestimmte Gegner ist das halt was wirklich Feines. Generell auch in Kombination natürlich mit anderen. Also allein das Schnellladen ist in manchen Teams ein Vorteil auch. Ich spiele sie zum Beispiel weiterhin oft in meinem Hippo-Team. Da spiele ich dann Hippo mit 2 blauen Helden noch dazu. Und dazu Garnet und Mioenie, um einfach einerseits schon natürlich zu überleben, bis Hippo geladen ist. Und andererseits aber auch, damit dann der restliche Schaden, der vielleicht nicht über die 3 blauen Helden gemacht werden kann, öfter durch ein schnelles Special noch schnell gemacht werden kann. Also über die Hippo-Fähigkeit. Da ist allein die Geschwindigkeit gut. Und es gibt ja mehrere Fähigkeiten, wo irgendwas passiert, wenn ein Held sein Special zündet. Das ist dann fein. Aber insbesondere jetzt bei Equalizer kriegen ist diese Statusimmunität etwas ganz Wertvolles, weil sie halt einen vor den bösesten Helden bewahren kann, die es halt bei Equalizer gibt, also bei Kriegsausgleich. Nämlich vor Erlangen Schoen und vor Sternenläufer. Ich weiß nicht, gibt es noch so einen Helden? Jetzt die beiden stehen über. Es gibt schon, aber bei der... Wie heißt jetzt der Blaue? Hilft nicht. Der Blaue hält der oft als Denk steht bei Equalizer. Egal, den halt da nur zum Teil auf. Aber Erlangen Schoen ist eine enorme Bedrohung bei Equalizer. Und wenn man es so timen kann, dass man selbst vielleicht vorher gar nicht geladen kriegt, was ja mit 6 Steinen, äh mit 6, sage ich, mit 4 Steinen, Achtung, 4 Steine, das habe ich vorhin ja erwähnt, sie ist eine Hexen, eine Zauberin. 4 Steine, wenn man ihr eine Magier-Truppe verpassen kann. Also mit voller Magier-Truppe und ihrem Talentpfad, der Talentknoten auf der Stufe 20, ist sie in 4 Steinen geladen. Und das ist halt schon relativ oft, dass man das schafft, dass sie vor Erlangen Schoen oder Sternenläufer geladen ist. Dann muss man es nur mal timen können, dass nicht Erlangen Schoen Sternenläufer direkt nach dem Kriegsausgleich zünden. Aber das geht dann schon öfter so und damit ist sie halt ein ganz wertvoller Held. Das können andere Heiler, die viel heilen, sind viel schwächer, weil das eventuell zu spät kommt, weil halt die Ziele schon tot sind von Erlangen Schoen und Sternenläufer. Okay. Deshalb habe ich mitgekriegt, dass auch ein paar ganz große Accounts, die eigentlich alles haben, gern eine zweite oder eine dritte gar nicht sich holen würden, einfach um genau nur für Equalizer noch ein bisschen perfekter aufgestellt zu sein. So. Und als letzter Held, letzte Heldin jetzt noch Tethys. Ich hätte sie so gern früher zogen und jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich mir nicht mehr so sicher bin, wie viel sie mir noch bringt. Also, lesen wir es noch einmal gemeinsam durch. Sie ist schnell. Da haben wir Angriffsverstärkung. Okay, die Stats sind ja ausbaufähig, aber ist halt einmal so, ist ganz neu erhält. Fügt dem Ziel und Nahen Gegnern 300% Schaden zu. Ordentlicher Schaden. Das Ziel und Nahe Gegner leiden 540 Wasserschaden über drei Züge. Ich erwähne es jedes Mal wieder, ist eh gut und in vielen Situationen wird das auch einiges helfen dann, dass der Schaden noch wiederkehrt. Wenn aber der Angriff noch Plan verläuft, dass ein schneller Stack geladen ist, dann schaut man schon einmal, dass diese Gegner die drei, die man anvisiert, tot sind und dass das egal ist, dass da ein Schaden noch drauf käme. Aber ja, ist eigentlich, also ist, ich sehe das jetzt bei, was ist das? Ich glaube, beim Doppelkostüm von Mariana, da ist auch so ein Schaden drauf und da ist nämlich mein roter Damage-Stack teilweise schon zu schwach, um fix eine Seite wegzuräumen gegen die stärksten Helden. Aber da passiert es dann öfters, dass eben dieser Schaden über Zeit dann noch das letzte bisschen halt durchbringt und ist also schon öfter, oder wird immer öfter praktischer als bisher, weil halt die Helden immer mehr aushalten und das dann öfter zum Tragen kommt. Und jetzt aber ist eigentlich feine von ihr, lesen wir gleich das untere, alle Eisverbündeten erhalten plus 60% Angriff für drei Züge. Oben haben wir noch plus 30% Angriff, ja bla bla. Ja, das ist auf jeden Fall einiges wert. In vielen Situationen, einerseits in diesem Damage-Stack, wo man mit drei Helden angreift, kann sie halt die erste oder zweite sein, also meistens wird der erste Held irgendeine Form von Deftan sein, vielleicht, wenn man ihn hat, ein kostümierter Bärsois oder ein Mordel oder also irgend sowas halt. dann wird sie oft der zweite Held sein und dann halt als dritter irgendeiner, der halt das ausnutzt, dass der Deftan da ist und dass der Angriff gepustet ist. Da ich sie nicht habe, kann ich jetzt nicht sagen, wie wertvoll das sonst vielleicht ist in normalen Kriegen, aber innerhalb der drei Züge natürlich, der Steinschaden wird erhöht von den nicht blauen Helden auch um 30% immerhin. Auf jeden Fall ist sie ein guter Bestandteil in einigen Event-Teams, in Turm-Teams, in, wo ist das noch manchmal gefragt, auch bei mythischen Titanen war immer wieder eine Dethys einer der besseren Helden, vor allem in Kombination mit Bengis, weil ja dieser Angriffsboost sehr wohl auch den Bengis-Special-Schaden erhöht, nicht so wie Miki oder sonst wer. Also ich würde natürlich die Etis jetzt nicht als Ersatz für Miki sehen, aber als halt, dass sie zusammen halt alles boosten sozusagen. Also weiterhin eigentlich schon eine coole Helden, sie schnell macht alles möglich, sie war teilweise sogar ein von den nicht ganz stark aufgestellten Spielern auch teilweise in den Devs. Dafür wird sie jetzt inzwischen startmäßig wahrscheinlich zu viel gelitten haben. Ja, und für mich ist trotzdem jetzt eine irgendwie blöde Situation, weil ich nicht weiß, wie viel, ob sie mich noch ausreichend weiterbringt, dass ich sie jetzt ganz durch raufbringe. Jetzt ist es früher so gern gehabt, genau für Türme nämlich, jetzt lauft ja gerade der Turm und ihr wisst ja, dass ich da meistens auf Punkte spiele, da ist so ein Angriffsboost, der auf einen Helden drauf ist, der auch Schaden macht, ist sehr viel wert, weil sonst dann meistens haben einen Angriffsboost nur Helden, die selbst irgendwie heiler oder sonst irgendwas sind, so in die Richtung heiler oder tonter, aber es gibt nicht viele Helden, die selbst ordentlich Schaden machen und einen Angriff pusten und dadurch erspart man sie, dass man irgendeine die Darnenbanner oder so mitnimmt. Jetzt habe ich genug drüber geschwärmt und trotzdem, wie gesagt, also meine persönliche Entscheidung ist wirklich nicht leicht zwischen den beiden und im Endeffekt weiß ich nicht, ob mich wirklich einer davon so richtig Vollgas noch weiterbringt, einfach weil halt die Zeit vergeht, so wie es ist und ja, umgekehrt haben Plotz und die Helden, also einen davon werde ich mir schon wollen und was sage ich jetzt für euch, nochmal, sportst zusammen, bis ihr einen der wirklich guten Helden euch nehmen könnt und vielleicht ist ja das nächste Mal auch unter 10 Helden einer dabei, der wirklich ein Fortschritt ist. Meiner Meinung nach sind die auch für kleine Accounts zu wenig Fortschritt. Bei der zweiten Stufe, ich habe eh beschrieben, auch wenn manche sie gerne haben, Eloise würde ich sie in der aktuellen Umgebung mit relativ wenig Minions und auch mit anderen Helden, die gegen Minions stark sind, will ich sie nicht nehmen. Meine Wahl für jemanden, der sie nicht hat und der grundsätzlich an so Sachen interessiert ist, also an mythischen Titanen vielleicht, aber für Events ist auch okay und für Rush bleibt es natürlich immer gut, wäre eigentlich meine Empfehlung aus der Reihe Athena. Aber die Helden bin ja eh durchgegangen, im Prinzip ist kein wirklich Schleser, kein unbrauchbarer dabei. Und bei den 20 Helden, sage ich jetzt einmal, weil das Kostüm nicht dabei ist, würde ich Fog ausschließen. Also würde ich wirklich nur für jemanden, der ihn unbedingt braucht, wenn er noch keinen guten grünen Deftern für den Titanen hat. Die anderen haben alle eine Berechtigung. Also ich habe ja schon gesagt, dass gar nicht für manche, selbst große Accounts als Vielfaches, also als zweite, dritte, gar nicht interessant ist. Als Standardheilerin, sage ich jetzt einmal, nicht für das Spezialgebiet von Rush, von Kriegsausgleich, Entschuldigung, empfinde ich sie als nicht mehr ausreichend stark. Also da würde ich eher den meisten davon abraten. Obwohl sie lange Zeit eine absolute Topheilerin war und vielleicht sogar, wie sie rauskommen ist, vielleicht kurzfristig die beste überhaupt, weiß nicht, also wäre möglich, empfinde ich das als jetzt einfach zu wenig, 180 Lebenspunkte. Also da geht es mal wirklich mehr darum, um bei Kriegsausgleich das zu verhindern oder eben in dem Team, wie ich sie spiele, wie gesagt, geht es um das schnelle Special und ein bisschen Überheilung, weil die andere Überheilung kommt eh von MyoN nie und ein bisschen Schutz durch die Immunität. Also wen soll man jetzt nehmen? Ich glaube, wenn rein um ein Heiler ist, glaube ich, fast die Hotschan inzwischen für die meisten sinnvoller. Für Angriffsheld, ja, Tätis und weißer Hase, je nachdem, wo er noch ist. Also in Wahrheit finde ich, dass die Helden so ähnlich stark sind. Es drängt es jetzt keiner so auf, so wie damals Ludwig, wenn man sagt, egal was man hat, man muss Ludwig nehmen oder ich weiß nicht, welche Helden hat es noch gegeben im Seelentausch, es waren ein paar andere, fällt mir jetzt ein, aber Ludwig war das ärgste Beispiel. Dieses Mal empfinde, ist das gar nicht so. Es gibt keinen Helden, wo ich sage, den muss man unbedingt haben, aber fast jeder kann irgendwelche Lücken füllen, die man vielleicht hat. Und, ja, dann würde ich sagen, überlegt es euch gut, schaut euch andere Videos vielleicht auch an von anderen YouTubern, vielleicht hat er etwas anderes zu sagen und gern, wenn ihr glaubt, ihr habt etwas falsch eingeschätzt, dann schreibt es gern darunter. Ich muss zwar zu gestehen, dass ich manchmal nicht ganz einsichtig bin und wenn ich kritisiert wird, dass die und die Bewertung falsch ist oder schlecht ist und dass ich den Helden unterschätze oder irgendwas, dass ich da oft dann irgendwie drauf antworte, nein, aber ich glaube schon trotzdem, dass es so ist, wie ich beschrieben habe, aber es ist trotzdem interessant, regt zum Denken an und vielleicht ist es für andere, die das Video anschauen, eine Entscheidungshilfe, wenn sie darunter irgend so etwas lesen, weil ja grundsätzlich natürlich mehrere verschiedene Meinungen an weiterbringen. Gut, in dem Sinne, wer mich noch nicht abonniert hat, tat es das endlich. Aber ich bin mir sicher, ihr habt es das schon, gell? Danke fürs Zuschauen. Ich melde mich demnächst hoffentlich, nicht hoffentlich, ich werde ein Video rausbringen, zu den Eulen und werde in den nächsten Portalen einiges beschweren, ein paar Eulenbeschwörungen werde ich machen und es kommen jetzt zu Weihnachten grobe Portale raus, es kommt ein wirklich starkes Kostümportal raus, es kommt eine Paktbeschwörung, für die, die das noch nicht gelesen oder gesehen haben, unter anderem mit Sternenläufer, mit Wedel, okay, den habe ich schon, aber ich sage, ist nicht schlecht, sagen wir einmal, mit einem neuen Helden, der mir aber nicht so interessiert, jetzt weiß ich nicht, wer ist noch dabei, das große Highlight ist halt, ich glaube, Charles ist noch dabei, das große Highlight ist halt Sternenläufer, mit viel höherer Wahrscheinlichkeit als noch vor, wie lange ist es her, vor eineinhalb Monaten, na nicht einmal, vor einem Monat, nicht einmal, vor drei oder vier Wochen beim Black Friday Portal, so schnell geht es und schon kriegt man leichter als damals, das kommt und für andere, für Eventspieler, für viele wahrscheinlich interessant, es kommt eine Auswahlbeschwörung, ich glaube am 26. oder so, mit Hämmerdask und jetzt weiß ich nicht, der zweite Held, der jetzt für mich weniger spannend ist, aber Hämmerdask ist ein ganz, ein Schlüsselheld für vieles, für Türme, für mythische Titanen, für Events, wirklich ein toller Held und der wird dann zur Auswahl stehen mit 0,9% Beschwörungswahrscheinlichkeit, ich habe schon, deswegen werde ich in dem Partei nicht beschweren, aber ich muss, ich muss mir noch ein paar, ich habe noch keine Beschwörung einen Tag gemacht, ein paar mache ich schon, weil ich die vier und drei Sternenhelden ziehen will, ja, das heißt, das steht in nächster Zeit am Programm, dann macht es gut, frohe Weihnachten.